Mainzer Platz Mainzer Platz Mainzer Platz Hauptbahnhof Mainzer Platz Mainzer Platz Mainzer Platz Mainzer Platz Mainzer Platz Martinstrasse Achtung wegen Bauarbeiten ist diese Haltestelle nicht in Betrieb. Please note that this stop is not in operation due to construction work. Donnmark-Promenade ist die Haltestelle nicht in Betrieb. Donnmark-Promenade Donnmark-Promenade ist die Haltestelle nicht in Betrieb. Donnmark-Promenade ist die Haltestelle nicht in Betrieb. Donnmark-Promenade ist die Haltestelle nicht in Betrieb. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Danmark-Ufer 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 Eichendorff-Straße Danmark-Ufer 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 Danmark-Ufer